Hallo, hallo, hallo! Der Emeo ist wieder da und falls sich noch irgendwer hier dran erinnert, wir sind jetzt wieder hier und haben noch 60 Sekunden auf der Uhr. Kann das ausreichen? Kann das irgendwie ausreichen für so einen Part? Ich bin mir unsicher, ich bin mir ehrlich unsicher. Ähm, fuck you! Heißt das, ich muss das alles jetzt nochmal machen? Da-da-da-da! Da kommt ein leichter Boss! Bitte, 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 bitte! Fuck you! Ich muss da rein! Ich muss da rein! Komm schon! Speedwarning! Speedwarning, Emeo! Speedwarning! Äh, wie soll das klappen? Wie ist dieser Teil gedacht? Ich bin mir grad unsicher. Okay, wir lassen ihn einmal durchziehen. Wir lassen ihn einmal durchziehen und gucken, 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 hä? Moment! Wie ist das gedacht? Oh, ich hab's verstanden. Kann ich soweit zurückspringen? Nein! Okay. Leute, ich mach das Level nochmal und wir sehen uns mit etwas mehr Zeit wieder hier. Bis dahin! Und versucht zwei mit... Ah, das war eine Qual! Okay. Diesmal haben wir glücklicherweise etwas mehr Zeit. Etwas? Ja, etwas. Ich hab mir Mühe gegeben. Und ich hoffe, dieses Mal auch zu verstehen, was man hier machen soll. Ich werde hier nochmal warten. Und der Hoffnung ist gleich zu sehen. Soll man da etwas schneller hoch? Hier hat man doch kaum Zeit. Das war's, was ich machen sollte. Dann wär's Speedrunning hier nicht hingehauen, wie es sollte. Wow. Na komm. Na. Komm. Hm, Mario. 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 Jawohl. Wow. Wow. Arschloch. So, was kommt hier? Munchies. Munchie, 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 Munchie. Om nom 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 nom. Om nom nom. Om nom nom. Om nom nom nom. Und Waver Bow. Hm. Alten, was geht mit dir? Okay. Ich muss da hoch. Ich muss da ganz schnell hoch. Ähm. Natürlich. Muss ich noch schneller sein. Oh mein Gott. Nein, das war nix. Nein, das war nix. Wie schnell soll ich denn hier bitte sein? So schnell. Wow, 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 wow. Wow. Oh Gott. Und jetzt? Arschloch, move. Arschloch, move. Ah, fuck you. Okay, hier rüber. Und dann auf Boing Block. Und dann geh ich hoch. Da ist die Boss-Tür. Und noch ein Driver. Oh mein Gott, die Zeit wird schneller. Oh, Morten. Mort. Bombs. 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 Stirb. Jawohl. Oh, das ist eine Qual gewesen. Oh, wuh, wuh, wuh. Puh. Okay. Weiter. Da, 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 da. Dankeschön. Bombs. 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 Morten und Mario hatten ein Stampfwettwerk. Mario war der Sieger. Nun. Stampft Mario Mords Force irgendwie. Into. In Wubble. Weiß ich nicht. Aber ist er vorbereitet für die Horror. Die Schrecken, die da liegen. In der Höhle der Schmerzen. Mario, in was für eine Welt gehst du da? Okay, beim nächsten Mal. Unsichtbare Wege. Die tue ich mir heute nicht auch noch an. Nein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.